Hallo, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich würde euch nur gerne mal mein Repowering-Projekt vorstellen. Ihr seht hier, da haben wir noch ein paar Reste. Also wir haben am Wochenende unser Schuppenkraftwerk sozusagen repowert. Und ihr seht schon, da oben, da sind Module. Und zwar ist hier eins. Ich gehe mal hier und zeige euch das mal. Das zeigt so Richtung Westen. Sehr flach. Verschmutzt auch. Muss man auch regelmäßig sauber machen unten am Rand. Das ist mit Stockschrauben befestigt. Und wenn ich jetzt mal hier um die Ecke gehe, dann muss ich mal beim Nachbarn aufs Grundstück, aber das ist kein Thema. Dann seht ihr dort die nächsten beiden Module. Hier kann man es ganz gut erkennen. So sind zweimal All-Black-Module. Und zwar habe ich mich entschieden, weil es ein sehr gutes Angebot gab beim Großhandel für drei Stück Energetica. Nexus ist einer der alten Wechselrichter gewesen. Dreimal Energetica. 370 Watt. Zusammen für 120 Euro geschossen. Und die sind in Reihe geschaltet. Unter jedem Modul ist ein Optimierer. Deswegen gehen einfach nur zwei DC-Kabel, obwohl das hier natürlich komplett in unterschiedliche Richtungen geht, rein. Und da drin, grün, da seht ihr auch schon den kleinen Grobat-Wechselrichter, der arbeitet. Ja, und das sind so knappe 100 Watt, die da aktuell erzeugt werden. Ja, das Ganze war relativ schnell und einfach zu machen. Vorher waren drei Module drauf mit je 250 Watt. Die haben wir jetzt ersetzt. Wir haben die Schienen ausgetauscht, Wechselrichter ausgetauscht, fertig. Und das Ding läuft. Und bei dem grauen, trüben Wetter, was wir jetzt hier gerade haben, so ein bisschen Helligkeit da hinten, liegen wir so im Moment bei knapp 100 Watt, die da rüber kommen. Ja, das wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Kleines, schnelles Projekt. Bin sehr zufrieden. Das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.